Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir Azurek und dem neunten Video Tutorial zum Skyrim Creation Kit. Das letzte Video zur Verbindung zur Außenwelt von unserem Dungeon war ja eher ein kleiner Zwischenschritt, den ich mal eben eingeschoben habe, weil das bestimmt viele Leute interessiert hat. Davor haben wir eben unseren Dungeon noch designt und waren ja eigentlich hier zumindest mit diesem Design von den ganzen Gegenständen hier eigentlich fertig. Das Ganze ist natürlich auch zum Download auf unserer Page noch. Der Download-Link steht wie immer in der Beschreibung. Und in diesem Video möchten wir uns eben mit dem Licht beschäftigen, denn Licht bzw. das richtige Licht ist natürlich sehr wichtig für den eigenen Dungeon. Denn Licht ist ja immer etwas, was maßgeblich eigentlich die Stimmung ausmacht. Und ja, deswegen möchten wir uns in diesem Video eben damit beschäftigen, wie wir auch wirklich richtig das Licht einsetzen. Als erstes möchte ich auf die verschiedenen Arten der Lichtquellen einmal kurz eingehen und dann nochmal auf die spezielle Steuerung des Lichtes. Denn da gibt es nochmal ein paar neue Befehle, die man sich aneignen muss. Wir gehen hier oben auf Object Window und geben jetzt beim Filter mal ein Default Candlelight. Und ich bin hier bei All. Das heißt, ich suche ja überall und habe das jetzt hier so eingegeben. Die Befehle weiß ich ja auswendig bzw. nicht auswendig, aber ich richte mich ja immer nach dem Bethesda-Tutorial und habe mir das hier alles aufgeschrieben. Und jetzt haben wir die verschiedenen Lichter. Und es gibt zwei verschiedene Arten bzw. zwei wirklich grundverschiedene Arten von Lichtern. Und da hätten wir jetzt einmal, wir ziehen jetzt einfach mal dieses Candlelight 01 hier rein und sehen natürlich, es passiert erstmal nichts. Denn wir müssen jetzt unser globales Licht natürlich jetzt auch mal ausmachen. Das ist natürlich jetzt erstmal wichtig. Außerdem müssen wir hier oben jetzt mal auch FX anmachen. Das wird zumindestens gleich definitiv wichtig werden. So, jetzt sehen wir hier die Lichtquelle. Können die halt im Raum ganz normal verschieben. Das hat so eine Glühbirnenform. Und wir sehen jetzt schon mal eins, das hier halt wirft schon mal einen Schatten. Das ist ja eben ein sogenannter Shadowcaster. Also eine Lichtquelle, die eben einen Schatten projiziert. Und da müssen wir jetzt ebenfalls ein paar Dinge erstmal beachten. Wir schieben das aber ein bisschen erstmal zur Seite und wollen uns noch das andere Gegenstück davon anschauen. Nämlich ein sogenanntes Omnilight. Das hat hier dieses NS hinter. Wir ziehen das einfach mal rein und sehen, dass das hier, hoppala, das habe ich schon falsch gedruckt, und sehen, dass das hier kein Schattenwurf hat. Ist natürlich auch dementsprechend nicht so performanceintensiv. Und man darf auch nicht allzu viele von diesen Shadowcastern nebeneinander oder ineinander platzieren. Denn dann könnte es zu Fehlern kommen. Deswegen sollten wir auch, wenn wir es können, wenn es nicht stört, auch öfters mal mit diesen Omnilichtern arbeiten. Schieben wir einfach mal hier nach rechts. Und dann hätten wir noch eine letzte Lichtquelle und zwar das sogenannte Spotlight. Schieben wir auch einfach mal rein. Und wir sehen allein schon da, wie dieses Ding hier aussieht. Das ist nämlich jetzt so ein Trichter. Das ist jetzt wirklich so ein Spotlight. Damit werden wir nur in eine Richtung eben einen Lichtstrahl werfen. Man sieht da hier wirklich nur, ja, das ist wirklich nur so ein Licht, welches nach unten strahlt. Gut, machen wir mal hier nach unten. Hätten wir jetzt hier fast so ein Gesicht. Naja, schieben wir mal nach oben. Und jetzt einmal etwas zur Steuerung. Das erste wäre die Taste L. Wir müssen dafür nicht unbedingt nur was auswählen. Wenn wir L drücken, L steht für Lightmarker, da machen wir eben diese Begrenzungen aus. Und diese Begrenzungen, beziehungsweise diese Marker eben, die zeigen einfach nur an, wie weit unser Licht jetzt gehen würde. Das ist nach einer Zeit recht verwirrend, beziehungsweise sieht einfach unübersichtlich aus, wenn wir mehrere Lichter nebeneinander haben. Und außerdem, finde ich, ist das meiste natürlich hier, ja, alles nach Augenmaß. Ja, es soll einfach am Ende gut aussehen. Da brauchen wir hier nicht Millimeterarbeit machen. Und naja, ich lasse hier aber jetzt erstmal nochmal ein bisschen an, solange das noch nicht unübersichtlich wird. Der nächste Befehl wäre dann S. Wir lassen einfach S gedrückt und schieben jetzt wieder mit der Maus hin und her. Ungefähr wie damals bei V zum leichten Zoom. Halten wir jetzt S gedrückt und wir sehen, der Radius des Lichtes wird erhöht. Ja, da können wir halt gigantische Lichter machen oder halt ganz kleine, wie für zum Beispiel unsere kleinen Kerzen hier. Ja, da wäre jetzt zum Beispiel so ein Licht recht passend. Können wir dann noch einigermaßen gut irgendwie platzieren. Können wir jetzt hier schon mal einfach mal drauf machen. So ungefähr sieht das doch passend aus, auch vom Schatten. Können wir einfach mal direkt hier so lassen. Und ihr seht eben, damit würden wir dann das machen. Knöpfen wir uns einmal hier das Omni-Licht vor und schauen uns den nächsten Befehl ein. Das wäre nämlich S der G plus Alt plus S. Halten wir mal alles gedrückt. Bisschen hier Finger über Kreuz. Und schieben jetzt dann nochmal die Maus hin und her. Ja, und wir sehen, es wird jetzt heller. Ja, also so sollte es natürlich am Ende nicht aussehen. Außer ihr wollt irgendwie abstrakte Kunst machen. Sondern so könntet ihr natürlich ein bisschen das einstellen. Wichtig wäre natürlich eben eher, dass man das Licht meistens noch ein bisschen abschwächt. Um vielleicht nur so ein bisschen allgemeine Stimmung hier noch mehr reinzubringen. Ja, damit wir nicht nur dieses Licht haben. Sondern vielleicht noch ein bisschen mehr schummriges Licht in der Umgebung. Zum Beispiel. Ja, lassen wir es aber einfach mal so. Und packen das hier in die Ecke. So, dann haben wir noch ein Steuerungsbefehl. Und kommen damit eher noch so zu Problemlösungen. Und das wäre einmal Alt plus B. Denn es kann vorkommen, dass gerade bei diesen Shadow... Oder nur bei diesen Shadowcastern kann das vorkommen, dass ihr Artefakte habt. Artefakte, das habt ihr bestimmt schon mal ingame gesehen. Denn ein BT ist halt manchmal diesen Fehler irgendwo. Dass zum Beispiel irgendwo ein Licht auf Gegenstände, gerade bei Schränken habe ich das öfters mal gesehen, fällt. Und dann ist da immer so ein abgehakter Schatten. Immer so Schattenstriche, die immer so versetzt sind. Das sieht nicht schön aus. Und das sind Artefakte. Ich kann das jetzt hier gerade nicht vormachen. Denn ich habe diese Gegenstände jetzt hier gerade nicht liegen. Und ich möchte auch nicht lange genug jetzt rumfummeln, bis ich den Fehler produziere. Deswegen sage ich euch einfach nur, falls ihr den habt und ihr werdet erkennen, ob ihr den habt oder nicht, dann gibt es den Befehl Alt plus B. Ihr drückt dann wieder Alt plus B und mit der linken Maustaste gedrückt halten, schiebt dann wieder eure Maus nach oben und nach unten. Wie auch zuvor. Und man sieht den Effekt jetzt nicht so gut. Ich gehe ein bisschen näher ran mal. Und achtet einfach mal ein bisschen auf die Gegenstände und auf die Karte. Oder gerade auf das Licht hier unter der Karte. Und so, jetzt mache ich das einmal. Ich gehe nach oben und nach unten. Oben und nach unten. Ihr seht, gerade an der Karte geht dieser Schatten zum Beispiel weg und auch die Lampen werden so ein bisschen heller. Zumindest macht ihr damit eben Artefakte zunichte. Ja, muss man natürlich ein bisschen Feintuning beweisen. Aber so funktioniert das. Dann ein anderer Fehler, der jetzt hier gerade kam. Da haben wir ihn. Das sind sogenannte Lines. Also ihr seht ja hier an dieser Lampe entstehen so komische Linien. Oder was auch sein kann. Wir gehen mal ein bisschen höher damit. Beziehungsweise machen das hier mal ein bisschen größer wieder. Da seht ihr das. Das sind so solche Löcher jetzt hier. Da ist das Licht einfach nicht gut genug hier. Das passt einfach nicht. Und was man dagegen machen kann, ist folgendes. Ihr rotiert das Ding einfach. Entweder irgendwie so, dass das passt. Oder ihr macht es sogar, ihr rotiert es irgendwie so. Bis es halt irgendwann schön aussieht. Da müsst ihr einfach selber ein bisschen probieren, dass das irgendwie passt. Auf jeden Fall hier auch wieder diese Linie. Da muss man einfach ein bisschen rumtüfteln. Aber eben mit Rotation geht das einigermaßen weg. So, als nächstes möchten wir uns ein bisschen noch mehr anschauen. Denn wir wollen jetzt einmal uns Nebel anschauen. Nebel ist ja auch immer ein Stilmittel, der überall benutzt wird. Eigentlich hierbei in Skyrim. Also beziehungsweise immer in den Interiors definitiv. Und den möchten wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Denn der hat auch sehr viel zu tun eben zusammen mit dem Licht. Und deswegen packe ich das auch hier ins Lichtvideo. So, wir geben dazu hier oben folgendes ein. FX, Mist, Low. Und da haben wir jetzt hier auch schon einen Nebel. Den ziehen wir jetzt hier einfach mal rein. Und da ist jetzt dieses große weiße hier. Packen wir jetzt auch mal und ziehen das ein bisschen hoch. Falls er uns mal verloren gehen sollte, können wir hier unten auch einfach in der Cellview mal FX eingeben. Und dann können wir den hier auch immer auswählen, falls wir mal den irgendwie nicht hier erreichen. Und naja, wir sehen jetzt, wir haben den Nebel hier drin. So sieht das aus. Und uns fällt jetzt schon eins auf. Und zwar erkennen wir den Nebel halt sehr gut hier eben am Licht. Und zwar am Omnilight. Was uns auch auffällt ist, dass der Shadowcaster aber kein Licht auf unser Nebel wirft. Und das funktioniert anscheinend nicht, sondern nur das Omnilicht. Wir können dann das Omnilicht hier einmal packen und wir sehen, da funktioniert das Ganze. Wie gesagt, ihr solltet natürlich beim Nebel natürlich hier FX angehabt haben oder anhaben. So, wie kriegen wir jetzt halt den Nebel so hin, dass er ja auch mit unseren Shadowcards dann gut aussieht. Folgendes. Ihr geht dazu ins sogenannte Batch Action Menu. Das öffnet ihr entweder hier oben über Viewer, das glaube ich genau hier, Reference Batch Action Window. Oder ihr drückt einfach, wenn ihr das Objekt ausgewählt habt, einmal Minus. Dann öffnet sich das hier. Und jetzt müsst ihr hier auf Set External Emittance gehen. Dann auf Interior Light. Und dort müsst ihr folgendes jetzt suchen. Einfach wieder hier das eingeben. Default Candle. So, dann drückt ihr einfach Do. Und jetzt hat das Licht, äh, jetzt hat eben der Nebel, egal wo der Nebel ist, immer schon die Farbe, die eben rausgeworfen würde, äh, die halt jetzt vom normalen Candle Light kommen würde. So. Und, ähm, was ich jetzt ganz vergessen habe eigentlich, weil ich jetzt aber auch mal eben zeigen möchte noch kurz, ist folgendes. Und zwar, ähm, haben wir natürlich auch verschiedene Lichter. Wir können einmal hier drauf gehen, auf unseren Shadowcaster drücken, haben wir erst der GF. Denn, äh, das ist auch eigentlich, eigentlich jetzt wichtig, da ich das einmal noch vielleicht zeige. Denn wir haben natürlich auch noch andere Lichter. Wir haben zum Beispiel auch noch, ähm, gebe ich jetzt mal eben hier ein. Default, ähm, wie heißt das, genau. Default Torch. So. Das wäre dann eben der Nebel, den können wir jetzt hier einfach mal ein bisschen noch kleiner machen. Und, ja, einfach mal hier so hin platzieren. Ja, ihr müsst natürlich auch ein bisschen gucken, dass das gut aussieht. Ob ihr den unten haben wollt, oben haben wollt, wie auch immer, ist ja eure Sache. Und das nächste, was wir uns anschauen möchten, wäre, ähm, die Ambient Beam Dusts. Das wäre zum Beispiel hier, haben wir ja, ich mache einmal globales Licht an. Hier haben wir ja diese, diese Störung drin, dieses Loch nach oben. Und da würde jetzt natürlich so ein Lichtstrahl reinfallen. Und wie wir den jetzt machen wollen, das wollen wir uns jetzt eben anschauen. Dazu bewegen wir uns immer noch bei den FX-Dingen weiter und suchen jetzt nach FX-Amp-Beam. Da kommt dann das hier. Und da haben wir jetzt verschiedene. Und ihr könnt euch eigentlich erstmal so daran orientieren, dass es immer dicker wird. Also, dass dieser Strahl immer dicker wird. 0,0 ist halt wirklich ein ziemlich feiner Strahl. 0,4 ist ein ziemlich großer Strahl. Wir nehmen jetzt einfach mal, damit wir das hier auch ein bisschen besser sehen, aber trotzdem nicht übertreiben, 0,3. Ziehen das jetzt einmal hier rein. Gehen wir ein bisschen näher. Und was wir erstmal machen müssen, ist das ein bisschen da oben ziehen, damit wir das auch sehen. Und jetzt schauen wir uns das einmal von der Seite an. Und ja, so sieht das jetzt eben aus. So, wie ihr seht, da ist so ein Staubflocken sind da drin. Ihr müsst natürlich FX wieder anhaben. Und jetzt folgendes. Auch hier gehen wir einmal in dieses Batch-Menü rein, drücken einmal Minus. Und müssen jetzt hier das Exterior Light anpassen. Zumindest machen die Entwickler das so, denn natürlich scheint das Licht von außen rein. Und die haben natürlich auch ein Licht, welches die bevorzugen. Und das nehme ich jetzt hier auch einfach mal. Und da müssen wir jetzt suchen nach FX Light Region Cave. Erstmal. FX Light Region Cave. So, und da nehmen die Cave Blue Skylight. Drücken wir OK. Und jetzt sieht das so aus. Ziemlich stark jetzt ein bisschen. Aber okay, das nehmen wir jetzt einfach auch. Und das Besondere daran ist jetzt aber, beziehungsweise was wir ebenfalls noch mit diesen Lichtern dann immer machen könnten, ist, wenn wir mal einen Rechtsklick machen und dann auf Render Window Properties gehen, dann können wir hier die Zeit einstellen. Jetzt schaut mal auf das Licht. Wenn ich die Zeit jetzt hier eben einstelle, dann sieht das Licht eben auch anders aus. Ja, so können wir halt schon mal schauen, zu welcher Uhrzeit das eben wie aussieht. Wir lassen jetzt hier aber mal, ja, irgendwie 12 Uhr. So, und was wir jetzt machen, ist das hier erstmal so ein bisschen reinsetzen. Und wir können es ja schon mal, ich sag mal, rotieren einfach mal schon mal ein bisschen. Ja, und das nochmal ein bisschen da oben platzieren. Muss ja jetzt auch nicht perfekt sein. Wir wollen es ja eben uns nur ein bisschen anschauen, aber so können wir es ja mal lassen. Müsst ihr ja selber euch ein bisschen anpassen. So, das nächste, was wir noch hier reinbringen, wäre jetzt zum Beispiel ein OmniLight. Dann nehmen wir einfach mal das hier, was hier eh schon sitzt. Ziehen das hier auch einfach mal rein, weil, naja, wir wollen natürlich auch ein bisschen Umgegungslicht jetzt hier reinziehen. Machen wir das Batchmenü auf und nehmen jetzt ebenfalls hier auch einen Exterior Light Code und gehen hier auch wieder auf FX Light Region Sun, das habe ich schon verklickt. FX Light Region Sun Light, Sun Light White nehmen wir. Und, äh, ja, der Effekt ist jetzt nicht groß, aber es sieht auf jeden Fall anders aus. Es sieht schon ein bisschen mehr aus wie Tageslicht. Und was ich jetzt noch machen würde, wäre zum Beispiel, dass wir mit unserem bekannten Befehl das Licht ein bisschen dimmen, ja, damit das nicht so übertrieben ist. Und so kann man es eigentlich, denke ich mal, schon lassen. Erstmal gehen wir mal wieder zurück zum Raum. Und jetzt noch eine Sache erstmal, bevor wir weiterfahren. Denn das haben wir jetzt hier noch nicht an. Denn wenn ihr im Spiel seid, habt ihr natürlich immer so ein Dunstnebel hier drin. Der ist überall in dem Raum. Und ich schalte ihn jetzt einfach mal an. Das geht nämlich über die Taste 6 oder über diesen Button hier oben. Das ist nämlich, wenn ihr den Sky anmacht, den Himmel, dann kommt eben dieser Fog ins Spiel rein. Ich drücke jetzt mal 6 und man sieht schon, was passiert, ja. Und, ähm, jetzt haben wir eben diesen Nebel hier angeschaltet. Und wenn wir mal hier so in den Raum reingehen würden, dann sehen wir auch schon, was das macht, ja. Wir sehen auf die Distanz eben recht schlecht. Und da ist eben der Nebel. Und so können wir übrigens auch schon wirklich, ähm, eigentlich perfekt sehen, wie das im Spiel aussehen wird. Also gerade der Nebel ist ebenfalls sehr wichtig. Kann man natürlich auch schon am Anfang eingeschaltet haben immer. Ich hatte den jetzt erst am Ende zum Beispiel an. Stört eigentlich überhaupt nicht. Kann man machen, wie man möchte. Und hier gibt es ebenfalls noch was zu beachten. Denn auch diesen Nebel kann man einstellen. Die Farbe kann man da einstellen. Denn das ist natürlich auch wichtig, äh, in Bezug für die, für die allgemeine Stimmung. Oder wo eben der, der Dungeon jetzt ist. Ja, damit das einfach passt. Und das zeige ich euch jetzt eben noch an. So, nun geht es eben jetzt auf den allgemeinen Nebel hier zu sprechen. Und dazu gehen wir hier oben auf World. Dann auf Cells. Dann öffnet sich dieses Fenster. Dort gehen wir auf Lightning. Und hier können wir jetzt das allgemeine Licht eben bestimmen. Zum Beispiel eben den Nebel. Den können wir hier eben selber einstellen. Da müssen wir einfach nur dieses, ähm, Inherit hier, den Haken rausnehmen. Bei Fog Color. Und jetzt können wir halt die Farbe selber einstellen. Falls wir das beim Ambient Color machen möchten, dann müssen wir den Haken rausnehmen. Bestimmen aber das Licht hier oben über Directional Ambient Lightning. Ja, da können wir das nochmal genauer einstellen. Wir lassen die Haken jetzt aber mal trennen. Und spielen lieber mit den schon vorgegebenen Lightnings rum. Denn da wissen wir wenigstens, was wir haben. Oder woran wir auch eben sind. Da hätten wir nämlich zum Beispiel, ich sag mal so normale Sachen, wie zum Beispiel diese Draugr-Sachen. Ja, da könnten wir halt das einstellen. Aber zum Beispiel bei Bleak Falls Barrow hätten wir da so Sachen. Drei verschiedene. Und Close Farmedium bedeutet eben, dass wenn wir mal hier Close einstellen, haben wir halt wirklich, ja, ihr seht es ja einfach schon, sehr dichten Nebel. Der eignet sich halt, sagen wir mal gut für, für geschlossene, für so kleine Räume. Denn man kann auch die Nebelarten für einzelne Räume hier, sag ich mal, gestalten. Das habe ich jetzt aber noch nicht gemacht. Da muss man einzelne Raum, Räume wirklich abgrenzen. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Soweit war ich noch nicht in meinem Tutorial, beziehungsweise das hatte ich übersprungen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das nochmal genau nachhole. Mal schauen. Auf jeden Fall kann man das da auch einzeln für die Räume einstellen. So könnte man eben kleine Räume mit diesem Nebel ausstatten, falls man das möchte. Falls man findet, das ist eben besser. Und man könnte eben große Räume wie die Höhle, könnte man dann eben mit Sachen wie, wie Fahr eben ausstatten, ja. Die eben in so einer Höhle vielleicht ganz passend wäre, ja. Oder hier ist es immer noch nicht lang genug, aber halt für so einen kleinen Raum wäre das halt überhaupt nichts. Ja, was wir jetzt hier lassen, wäre jetzt zum Beispiel einfach mal Medium. Ja, das würde uns jetzt hier reichen. Wir können ja auch so Sachen wie Azuchas Star nehmen. Ja, ihr seht ja, jetzt haben wir halt das hier so blau. Also da kann man auf jeden Fall ziemlich viel mit einstellen. Ziemlich viele verschiedene Stimmungen kann man damit erzeugen insgesamt. Und das ist auch ziemlich wichtig. Was wir jetzt hier nehmen würden, wäre Big Falls Barrow einfach. Das hat eigentlich so einen schönen dunkleren Ton. Oder halt, es gibt da zum Beispiel auch die Minen. Und die Minen wären dann wirklich auch so richtig braun. Das sieht auch ziemlich cool eigentlich aus. Und da ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht so. Dann noch etwas ganz zum Schluss. Und das wären die sogenannten Image Spaces. Damit kann man auch nochmal ganz verrückte Sachen machen. Wir gehen hier ebenfalls auf Worlds, Cells. Und dann haben wir hier unten Image Space. Und da gibt es auch nochmal bestimmte Sachen. Einfach mal um ein Beispiel zu nennen, nehme ich jetzt wieder mal Azuchas Star. Das ist nämlich ein ziemlich krasses Beispiel. Ja, ihr seht, da ist jetzt alles verschwommen. Und wir haben jetzt hier so einen wirklich verschwommenen Hintergrund. Und also auch damit kann man bestimmte Effekte nochmal einbringen. Wie gesagt, das muss man selber sich alles mal ein bisschen einschauen. Ich finde das halt selber jetzt recht schwer hier. Kann ich zum Beispiel jetzt direkt gar keinen Unterschied erkennen. Wir nehmen zum Beispiel jetzt einfach mal ebenfalls Bleak Falls. Immerhin haben wir das ja hier auch. Nehmen wir das hier einfach mal. Und haben das jetzt einfach mal eingestellt. Wie gesagt, großen Unterschied sehe ich da nicht. Aber damit kann man auf jeden Fall ebenfalls sich nochmal ein bisschen so die Stimmung einstellen. Das wird jetzt ein bisschen auch wieder sanfter, grauer wurde das ein bisschen. Und ja, probiert da einfach mal mit rum. Und ich hoffe, ich konnte euch eben mit diesem Video wieder weiterhelfen. Das ist eben auch wieder designtechnisch. Da gibt es sehr viele andere Sachen noch zu entdecken. Es gibt so viele Lichtfarben, Lichtarten. Jetzt hier wieder Image Spaces und die anderen, die Templates. Da gibt es viel zu entdecken. Ich wollte euch wieder nur mal so einen Anschub geben. Jetzt könnt ihr euch halt selber austoben da. Und ich bin eigentlich mit diesem Thema eben wirklich jetzt durch. Mit dem Design. Und ich wüsste jetzt nicht genau, was ich machen könnte. Ich würde vielleicht jetzt, um das einmal nachzuholen, diese verschiedenen Boxen hier machen, damit man eben die einzelnen Räume einzeln einstellen kann. Zum Beispiel für den Nebel. Ansonsten würde ich vielleicht NavMesh oder NavMesh erklären. Eben so, wie die NPCs hier rumlaufen dürfen und wo nicht. Ja, oder ansonsten würde ich so zu NPCs, Quests und so kommen. Am besten, ihr schreibt wirklich in die Kommentare rein, was ihr vielleicht als nächstes sehen möchtet. Da müssen natürlich aber auch ein paar mehr Kommentare sein als fünf oder vier. Auch ein paar natürlich, die das gleiche wollen. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt gemeinsam als nächstes angehen. Also, wenn euch die Videos immer noch gefallen, schön abonnieren. Wenn nicht das, dann bitte Daumen hoch, favorisieren, denn das hilft uns einfach. Und ansonsten bis zum nächsten Video und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.